Dieser Mann hier ist wahrscheinlich der gefährlichste Mann, der jemals auf unserer Erde gelebt hat. Dieser Mann hier hinter mir heißt Larry und ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Serienkiller, den die Welt jemals gesehen hat. Diese Geschichte hier dient nur zur Unterhaltung. Larry war ein 45-jähriger glatzköpfiger Mann, welcher so viel Morde begangen hat, wie alle Serienkiller, die wir kennen, zusammen. Er war sogar so krass, dass sie mir einfach noch nicht mal die öffentlichen Medien gezeigt haben. Noch nie wurde von diesem Mann eben berichtet und er wurde auch noch nie gezeigt. Homeland Security, das CIA, das FBI und sogar das Secret Service in Amerika waren einfach jahrelang hinter diesem Mann hier hinterher. Doch tatsächlich hatte der einen Fehler gemacht und wurde deshalb vom Secret Service aus Amerika überführt. Er hat dann ebenfalls ausgesagt, dass er nicht nur unzählige Menschen umgebracht hat, sondern dass er eben auch an dem Tod von Michael Jackson und eben Paul Walker beteiligt war. Er soll angeblich richtig krasse Beweise haben, die eben zeigen, dass er dafür verantwortlich war. Die Polizisten und die Anwälte haben ihr natürlich erstmal nicht geglaubt und haben ihn erstmal ins Gefängnis gesteckt. Daraufhin hat Larry gesagt, dass er eben Beweise dafür hat und diese nur preisgibt, wenn er wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Tatsächlich gab es dann eben einige Besprechungen der CIA und der Homeland Security und sie haben sich dafür entschieden, Larry erst einmal auf freien Fuß zu setzen. Und tatsächlich konnte er einfach einige Beweise zeigen, dass er wirklich etwas mit dem Tod von Michael Jackson und Paul Walker zu tun hat. Denn er hat nämlich gesagt, dass er für die Illuminaten arbeitet und genau deshalb eben seine Gesetzesthetsus so aussehen, wie sie aussehen. Das Ganze wurde wirklich einmalig veröffentlicht von einem, das Ganze wurde nie öffentlich gemacht. Und was denkst du dazu? Schreib es in die Kommentare rein und folg mir auf weitere Videos. Und was denkst du dazu? Schreib es in die Kommentare.